Hallo und Willkommen zu einem Video Minecraft Music. Ja, da sind wir wieder bei Minecraft Music. Und, ja. Ich bin vom Gefängnis aus und habe hier ein bisschen gegraben. Dieses Video wird vielleicht auch nur 6 Minuten die Kameras geben. Eigentlich wieder nicht. Das halte sich irgendwie von alleine aus. Ja, manchmal, wenn ich YouTube mache, denke ich mir, Enderman filmt sich aus. Und keiner gibt einen Daumen hoch. Was Enderman sehr traurig macht. Denn er filmt. Hier wird mein Haus. Vielleicht so ein Dorfbebogenhaus. Hm, vielleicht. Ja. Wird das nicht das Doröstehaus haben? Ja. Ja. Ja, so ist perfekt. Man kann ein kleines Haus haben. Sieht auch schön aus. Ich bin ja ein sehr guter Bauer. Also kein Bauer. Ähm. Ja, ich filme auf. Ich dachte, ich filme gerade nicht auf. Aber ich filme. Natürlich baue ich... Ähm. Ne, dieser Baum kann ich nicht ab. Ich baue diesen Baum her ab. Das stört mir ein bisschen. Ja. Neun. Das ist jetzt nicht perfekt. Einer fehlt dir noch dafür. Ich nehme diesen kleinen Baum dann noch. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Baum findet ihr? Ich finde diesen Baum ein hässlicher und so ein Zweierbaum ein bisschen hässlich. Die Drustenbäume sind die schönste und die Dreierbäume auch schön. Ich nehme auf jeden Fall 14 Stück mit. Und natürlich biegen wir ein schwerer. Also normal. Immer ab fünf Folgen. Hede fünfte Folge. Ich filme noch auf. Ich bin noch ein YouTube-Animal. Wir brauchen Sand. Ähm. Wo seht ihr Sand? Okay. Wir brauchen O'Toodles. O'Toodles! Ich gucke kein Mickey Maus. Ich gucke kein Mickey Maus. So eine langweilige Sendung. Habe ich immer geguckt. Jetzt ist es die langweiligste Sendung. Schreibt in den Kommentaren, wer guckt von euch Mickey Maus. Das stimmt, ich werde ein paar schreiben. Ich gucke kein Mickey Maus. Obwohl der guckt. Vielleicht werde ein paar schreiben. Ich muss Mickey Maus gucken. Wegen. Ein Baby guckt er. Oder muss ich das mitgucken. Oder Barbie. Ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zusammen. Letzte Woche hatten wir, glaube ich, Eisnäher gebraten. Ich kann mich nicht erinnern. Das ist so lange nicht zum Herrn Minecraft Mosaic zu spielen. Das wird abgebaut. Und wird dann... Da raus. Was anderes. Vier Minuten. Ich mache es Tag. Das ist zwar ein Prozent schwerer. Ob es schwer darf, ist es nicht mehr. Einfach ich mache jetzt Tag. Ob es schwer darf, ist es nicht. Sonst ist es ein blöder Spiel. Tut mir leid. Und das ist ein bisschen zu schauen. Deswegen gehen alle. Das ist es. Und es ist nicht. Wir wollen ja gut. Wir wollen ja gut. Hau mal. Er ist noch mein Freund. Er spielt nicht mehr wegen der nicht mein Freundes. Das ist nur mein bester Freund. Er kann nicht so öfters kommen. Aber er ist noch immer noch nicht. Ok, er ist noch nicht mehr da. mit diesem Aufflug, sondern jetzt will er was anderes machen. Nicht, dass er YouTube vergesst. Kommen viele Videos von Mees. Wieso muss es mehr holen? Könnt ihr es runterfallen? Keine schlichten Kommentare. 6 Minuten. Normal ist es nur 6 Minuten fertig. Das war's nun alles. Kein Holz. Dann brauchen wir noch nicht. Ich weiß nicht, warum ich hier Holzfärben nehme. Obwohl da hinten auch mehr Holzfärben ist. Die 3 Minuten. 3 Minuten fertig. 7 Minuten. 2 Minuten. 4 Minuten. 6 Minuten. 3 Minuten. 4 Minuten. Auf jeden Fall war hier der Iglo, wo es einfach Diamanten bekommen hat und diesen Thaddeus. Ihr müsst immer hoffen, bitte einen schwarzen Thaddeus. Manche Zuschauer sind so Fans von anderen YouTubern und die bauen einfach mal die Sachen nach. Ich hab auch von einem YouTuber die Sachen nachgebaut. Aber wen kann es sein? Viele kennen diesen YouTuber, den ich nachgebaut hab. Auf jeden Fall. Da-ding! Okay, ich hab jetzt vier Stück gemacht. Acht Minuten geht das Video. Dieses Video, das ist Hoffenburg. Das beste Video war da, wo es die vielensten Diamanten gibt. Aber dieses Video, viele kleine Slimes, glaube ich, hieß das. Der Harvest ist einfach so komponent, denn da sind wirklich viele kleine Slimes und die stören nicht. Das ist jetzt ein schöner Haus. Ein schöner, kleiner, gemütlicher Haus. Ich hab jetzt meine Stein-Sachen gesagt. Mein Sondier. Das sind auch immer die Stein-Sachen, glaube ich. Ich hab sie gefunden irgendwo. Ich glaube, ich hab sie gebaut, ja. Meine Arme tun so weh. Bald wird auch neuer Skin für mich sein. Und dann wird ihr... Manche haben, so diesen Skin. Der ist schon zum Kaufen eigentlich, ne? Der ist zum Kaufen, aber ich kann ihn noch nicht kaufen. So, so, so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, jetzt erkennt ihr sechs, aber da fehlt noch ein kleiner. Du musst die Wache spielen. Guck mal, das wird zu meinem Haus. Da kommen noch die Fenster. Keine Sorge. Der Haus wird noch alles klar gebraucht. Okay. Was brauchen wir? Weißer Teppel. Kann man auch kommen. Warte mal. Ich nehme jetzt das. Das Video geht schon 11 Minuten. Ich nenne das Video das Haus. Das Haus. Ja, das nenne ich so. Ich nehme jetzt einfach diese 5 Stücke. Ich hoffe, die reißen. Ja, die reißen auf jeden Fall. 12 Minuten zornen. 17 Fenster. Das ist sehr gut. Gut ist das. Ja, ein halber Stack. Nein, es muss mit, doch. Warte, jetzt nimm die Fenster mit. Jetzt habt ihr jetzt auch von denen weggeschmissen. Oh, das Dirt, das nervt. Jetzt packen wir jetzt in der Truhe. Auf jeden Fall werden hier noch Sachen passieren. Die letzte Folge weiß ich schon, was ich mache. Nichts. Vielleicht werde ich in der letzten Folge nochmal Diamanten suchen oder ein Entgehen. Ich hoffe, es redet laut. Nein. 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 Ich glaube, es ist lauter sogar das Beste, glaube ich. Vielleicht bin ich lauter als das. Auf jeden Fall ist das Peste deutlich hier lauter als mich. Guck. Ja, das ist auf jeden Fall lauter als mich. Sollen hier Fenster gemacht werden? Probier es mal aus. Okay, ja, ich mache das. Ah. Ich weiß, dass es zu wenig Fenster war. Perfekt wäre das. Gut. Okay. Nichts. Was mache ich da? Oh, nee, weil es jemand ein Haus kapitelt oder ich auch nicht. Nein, das nehmen wir auch mit. Du brauchst alles weg. Das war es auch vom Video. Wenn du sowas gefallen hast, lass ein Like da. Ne? Immer nette Kommentare. Und wenn du noch mehr haben willst, also bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.